Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von... Alter, das ist unfair. Ich schieße auf dich! Wow! Oh, hi, hi, EKW! Ke, EKW! Heute mit einer Runde Stickfight. Stickfight, genau. Ich habe das Spiel gerade erst gestartet. Ich habe keine Ahnung von der Stelle. Das ist doch genau das Schöne an sowas. Komm her, Jonas! Ah, Alter! Depp, depp, oh. Ah! Ja, klar, setzen wir noch in Brand. Ich bin einfach tot. Warte, wer ist grün? Kati, bist du das? Ja. Wow, Dani. Warum muss ich mit Jonas auf eine Insel? Jonas, wow! Nein! Alter, wie springt man überhaupt denn? Mit weh? Jonas, ich habe es dir gerade eben erklärt. Also, wie gesagt, ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Alles gut. Das hat man auch nicht. Bei Stickfight hat man gar keine Ahnung. Man macht einfach. So wie ich. Das ist mein Spiel. Das stimmt. Dani, mach einfach. Sie denkt nicht nach. Sie haut einfach drauf. Ah, ah, ah. Ah, Kati, jetzt reicht es. Oh, ich habe es nicht gesehen. Ich habe genau diese einen Ecke in mein Mikrofon. Das ist so kacke gewesen. Das ist was. Ich habe doch gar nichts getan. Das war ich. Schießt die einfach auf. Was soll das? Komm her, du. Was heißt hier Sie? Komm her, du. ich bin auch schon wieder die hat das spiel das ist mein spiel, ich hab das wirklich leute da gehen immer alle direkt auf mich ne, auf den du keine ahnung von irgendwas hast natürlich natürlich danni na klar gewinnst du wieder, weil du auch eh nie immer gewinnst das spiel ist auf deiner seite wahrscheinlich den entwickler bestochen soll gib mir ein wapi boah, ähm die leute bei smash boss ist gut zu essen wow 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 also danni wir können auch sweet dich klären oder auf unsere art aaaaaaah bei mir steht grad i bei mir steht einfach grad i alter hört doch auf die hört doch auf und schlägt ah hat die macht den spagat ich schlafe was ist das alter nein, nein, nein wow na klar na klar wird sich rausgebackt die olle die olle komm her danni jetzt hör mal auf katy nein, 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 nein niks noni nein, 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 nein also dick fein ist nicht mein spiel okay doom sich hallo Lukas war ne pose Was heißt das? Stellst du dir nicht so ne Pose bei mir vor, Jonas? Ey, ey, ey! Ah, 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 ah! Gotti, geh weg von mir! Wieso hat eigentlich Jonas die Krone? Jonas, hör auf! Genau, das hab ich auch gerade gefragt. Geil! Aber ich mag die Krone viel lieber. Blau und Gelb passen viel besser zusammen. Hör auf! Was? Nein, nein! Gotti! Gotti! Was? Ey, was ist denn mit ihr los? Die Re... In Altheid, die... Nee, ey. Ich hab gar keine Wörter für sowas. Ihr wollt ins Dickball spielen! Hau ab! Hau ab! Ich renn weg von der! Die ist mal zu aggressiv! Wuhuu! Ich hoffe, du hast es verdient, Armin. Ja, ich hab dafür zwei... ...Dinger freigeschalten. Weil ich dich... Leute! Ich hab dir den Paarungstanz schmarr dir, bitte! Ruh auf! Scheiße! Oh! What?! WTF?! Hey! Los, lass uns Katty, lass uns auf! Oh! Was, wie hält sie denn aus? Was ist denn... Die Narben haben... Wie kommt sie ganz durch? Nein, nein, nein! Oh! Eh... Katty, effe ist frei! wieder loslassen das spiel ganz ehrlich ist nicht auf meiner seite ich dachte grad weißt du jonas das wird immer benachteiligt ich steppe am meisten hier warum schlägt er nichts oh mein gott schlag hat die alter 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 luka ich hab's gemacht lass den fallen da lass den da ich bin überall in gefahr unten lauert mit dann die hat dich abgeschlachtet mehrmals genau das spiel einfach ein kopf bitte in ihr welchen kopf wo bin ich lol die hat die ganze meps kaputt gemacht kathien kathien Ja! Mach da jetzt mal einen Spagat! Taktik! Ich tanze wie eine Ballerina! Ja, ich auch! Was?! Wieso?! Also, jedes Mal, wenn ich gegen Dani antrete, gell? Es ist einfach nicht möglich! Guck, hier jetzt schon wieder! Achtung! Ich werde direkt in die Wand geschmissen sein! Guck! Ja, guck! Alter! Es ist nicht möglich, die hat mehr Leben als wir! Das war der richtige Kombo! Ja, ja! Jonas! Aufhören! Jonas, ich sitz hier nur! Oh! Oh! Ja, ja, ja! Oh! Oh! Geil! Schei! Egal! Das ist einfach geil! Taktik? Komm her! Ich will erstmal hoch, bitte! Danni! Jetzt reicht's mir! Er hat mich getötet! Jonas! Jonas! Rett dich! Schluck die Schlangen! Moment! Hätte er die Schlangen nicht, wäre er schon längst tot! Kathi, wir verbünden uns gegen Jonas und Luzi! Nix! Oh! Okay, kommt her! Kommt! Na los! Aufgespießt wie Schlitz, Schlitz! Mach der Maike, Maike, Maike! Was?! Egal was man hat, sie gewinnt immer! Euer Ernst! Was zum Teufel, Maike! Alter, ich hab immer so Pech mit den Stages und den Waffen! Was für Waffen? War der Waffen? Er hatte diese Schlangenwaffe! Oh nein! Was für Waffen? Oh! Was geht? Alles gut bei dir? Oh! 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 Quatsch! Oh! Oh! I starbe a dani! Oh! Wie wenn ich mich reinmachen soll?! Oh! 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 Weh! I love you! Oh! Ich bin einfach durch den Boden durchgewagt! Ich bin einfach gestorben! Ben! Ich denke euch, Leute! Ich bin einfach gestorben. Jonas. Ah! Jupp! Woher mei? Oh! Ja, okay. Ich hab noch gelebt, was? Ja, Jonas! Ich bin durch den Boden durchgebracht, dann kann ich mich nicht mehr bewegen. Alter, die klatschen uns wieder alle weg, Mann! Ja. Da hat Autoklicker drin, ich seh das schon. Oh, jetzt kommst du mit dem Messer. Alter, was? Boah! Ich hab dich gemessen heute! MLG, Dani, weißt du? So könnte man sich hier nennen. Oh, das bin ja ich! Nein! Ich dachte, ich wär der Rote! Ich dachte, ich wär der Rote! Ich dachte, ich wär der Rote! Ich dachte mir so, Kathi aufwärts und mich nicht! Ja, Mann! Lol! Einmal muss er auch gewinnen! Ja, Mann! Ey, ey! Können wir das nicht in Ruhe regeln? Oha! Äh! Ciao! Nein! Ich will meine Krone zurück! Bei mir kannst du übrigens jeden Moment Essen geben, ne? Muss von Dani weg! Oh mein Gott! Dani! Dani! Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Ah! Was hat er da? Mach, Reiki! Er töte dich so selbst damit! Oh! Ich hab keine Ahnung, was das ist, aber es funktioniert! Ein Laser! Schieß doch durch das Ding! Das Eis! Schieß da durch! Du musst du cut die! Du kannst dich durchschießen! Er töte dich selbst! Ehre! Lutziii! Nein! Ich ergeb mich! Jetzt ist Rache! Lol! Oh! Jawoll! Erstmal entspannt! Ja! Wer hat die Krone, hä? Wer hat die Krone? Ey! Dani! Ich wollte nur die Krone wegnehmen, Mensch! Kathi! Mann! Bist du glücklich! Mann! Bist du glücklich! Spack! Ist mir egal! Er sieht eh aus wie Knossi, der braucht die Krone! Hey! Selbst wenn ich ne Waffe habe, tötet die mich! Au, 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 au! Kathi, beende es! Oh mein Gott! Oh Gott! Was? Hat ihr einen Schwer? Ich weiß es nicht! Selbst wenn es keine Lösung ist! Ich hole sie mir jetzt! Wer macht das? Komm her jetzt! Oh oh! Nein! Das mit Waffen ist voll gemein! Oh mein Gott! Sehr gefährlich, ja! Ich weiß nicht, was du meinst! Leute, wir sind hier auf Eis, okay? Ah! Sag das doch gleich! Alter, haut der gleich richtig drauf! Die Jungen, die passt voll! Ist doch mal hier! Ciao, Leute! Ah! Loll! 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 Oh, sie ist schon tot! Hier bist du! Sie ist schon tot, aber! Ich schaue noch ein paar drauf! Oh! Oh, die Map! Dein Herz! Lustig! Alter! Jetzt will ich on fire hermachen! Danni, Frieden! Komm mal, jetzt will ich on fire! Jonas, on fire! Bitte nicht, dann! Oh! Das tut mir leid an! Jonas, spring! Spring! Hey! Adios! Ich hab mich so gut versteckt! Ist das geil! Schau, Dani! Pflegender! Oh! Ja, das töntet sich wieder selbst! Ich hau ab! Ah! Nein! Was? Was? Iske! Niemand kann in der Luft stehen! Dani! So! So! Dani kommt an! Ja, natürlich! Ich bin direkt tot! Ja, natürlich bin ich davon direkt zerquetscht! Dani und Waffe! Gleich schlechte Kombi! Ich könnte nichts machen! Die böse Lache, ey! Diese böse Lache! Ich hau ab! Ciao! Jawoll, Jonas! Was macht sie denn da? Was macht sie denn da? Mir riechst grad zu essen, nach Essen! Ich glaub, es gibt wirklich da ja noch! Oh, das redet nicht ganz weit vom Essen! Wir sind ja bei Stickfight, Mann! Aha! Nein! 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 Wir liegen alle! Ich hab Angst! Ich hab Angst! Also, ich würde sagen, wir machen so bis 20 Minuten, oder? Bis 20 Minuten! Wir sind jetzt schon bei gut 15, 60! Was war das bei mir? Hast du grad so gemacht? Nein! Nein! Guck mal, du dämst! Oder irgendwie so? Zu episch! Äh, ja! Alter, Leute! Jonas! Nein! Keine halben Sachen! Nein! Jonas! Jonas! Ey, ey, ey! Wir können darüber reden! Ich dachte, wir sind alle gegen Lukas! Was? Ich bin unschuldig! Warte, stopp, stopp, stopp! Lukas, es dreht sich, oder? Nein, es dreht sich nicht! Ey! Hallo! Erst mal stopp, stopp, stopp! Oh, da fängt sie an! So, Jonas! Oh nein, es dreht sich doch! Leute! Das dreht sich nur, wenn der irgendwer meint, blöd zu sein! Alter, ist das geil! Alter, Karni, Mensch! Wow! Juan! Du lächelst wie Schweizer Käse! Was jetzt? Das dreht sich! Oh, das dreht sich doch schnell! Hey! Ich bin einfach durchgerannt! Oh mein Gott, ich bin zum Glück! Bei mir! Bei mir! Ich spiele auch nicht mal so! Ah! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Leute! Leute! Auch noch ab! Ich bin einfach mal so groß! Das war ja auch gut! Also ich muss den Lob aussprechen, Kati! Das war sehr gut! Störtet euch schnell, bevor wir gefressen werden! Oder also! Bevor wir gefressen werden! Gefressen? Keine Ahnung! Ehm was da... Ja moin! Ich werde noch mal in die Luft gejagd, obwohl ich schon tot bin! Doppelt gemobbelt! Oh shit! Was ist das? Das ist mein Platz! Oh! 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 Ja! Dein Platz! Omg! Das hat ganz gut gepasst! Oh! Oh! Ich hole sie mir jetzt! Warte! Wie, Cati? Was ist das? Ich meinst den Lutz! Cati! Nein! In dem Moment gehen die Scheißdinger wieder an, das ist nicht dein Ernst. Oha, Leute, da holt mir einer das selbe Schwerd. Ich will wissen, was das macht. Manchmal hat es auch ein Gefühl. Von mir sind gerade Waffen da und Puppe sind sie weg. Ja, genau. Ausreden. Viel lieber weiß. Alles klar. Jonas. Oha, lol. Ich liebe dieses Spiel so sehr, Leute. Glaubt ihr mir gar nicht? Doch, ich kann es mir gut vorstellen. Äh, tschau. Was? Nein, dann lieb ich nicht. Hilfe, 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 Hilfe. Nein! Ich habe wieder ein Cheekman freigeschaltet. Was? Ich verstehe nicht wie. Die hat den Hack an oder so. Guck mal, die Räume da auf, du. Die Räume, aber jetzt reicht es mir. Was? Was? Oh, oh. Oh, ich bin tot. Ja, was? Weil es fast auch nicht gefallen. 69. Frage ich mich. Weil ich die umgebracht habe. 69 Millisekunden, nicht schlecht. Alles klar. So. Nur die... Ich würde sagen, eine Runde noch, oder? Oh. Moment. Ich dachte, ich wäre blau. Oh mein Gott, wow. Dachtest du gerade wirklich, du wärst blau? Ja, ja. Dachtest du gerade wirklich. War so auf blau fokussiert. Da unten lauter Waffen beidesse. Dübeln sich. Einschluss. Okay, komm. Letzte Runde. Letzte Runde. Letzte Runde, oder die war das? Letzte Runde jetzt. Ja, komm, komm, komm. Komm her, Jonas. Komm. Jetzt ist es verjahrend. Komm. Am Jonas. Nein, die Waffe. Oh, oh. Oh, Alter. Ich verstehe doch wie. Äh. Was? 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 Nein. Also, Leute. Vielen Dank fürs Drei gewesen sein. Und... Aufkommen. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Stirb jetzt, Jonas. Stirb. Was? Nein. Okay, tschüss. Oh. Nein. 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 Nein.